Wir sollten echt mal das Kerosin aus dem Frühstück lassen. Komm, weiter! Jesse! Oh, nee! Hallo? Wir kaufen deinen Hund.de Guck mal, wie du aussiehst. Raketchen! Die ist doch bekloppt. Guck dir das an. Warte mal, du hast einen halben Baum da im Fell. So, weiter! Guck dir das an, die ist doch... WirkaufendeinHund.de Tschö! Bis zum nächsten Mal.